Ho, ho, ho! Ich bin hier in Los Angeles und zeige euch einmal einen Laden, den es so nicht in Deutschland gibt. Es gibt ganz viele Weihnachtssachen hier und manche Kinder würden sich aber schon über ganz Kleinigkeiten freuen. Nämlich Kinder in Afrika, die Weihnachten nicht haben. Und darum kauft einen kleinen Schuhkarton für diese Kinder, unterstützt die Aktion Hashtag ShareXmas. So wie wir, so wie ich und so wie mein Mann, den ihr jetzt seht. Ho, ho! Ja, geht auf share-xmas.org, kauft dort einen Schuhkarton und da helft ihr ganz vielen Kindern. Wir wünschen euch frohe Weihnachten! Tschüss! Frohe Weihnachten!